Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. Remote Software Upgrades für Ihren BMW sind auch über die myBMW App verfügbar. Sparen Sie Zeit und laden Sie das Software Upgrade direkt auf Ihr Smartphone herunter. Im Anschluss können Sie es ganz einfach in Ihr Fahrzeug hochladen. Und so funktioniert's beim BMW Operating System 8. Eine Push-Benachrichtigung Ihrer myBMW App informiert Sie über neue Software Upgrades. Im Download-Screen haben Sie den Datentransfer voll im Blick. Und für noch mehr Flexibilität finden Sie weitere Download-Optionen in der App. Download abgeschlossen. Die Verbindungsanzeige zeigt Ihren aktuellen Verbindungsstatus und erklärt wie Sie Ihr Smartphone mit dem BMW verknüpfen. Falls Ihr Handy noch nicht verbunden ist, gehen Sie zu Mobile Geräte. Unter Neues Gerät verbinden. Wählen Sie nun Ihr Smartphone aus. Schauen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones, ob der PIN-Code übereinstimmt. Passt alles? Dann klicken Sie auf Verbinden. Nun zum WLAN. Wählen Sie Menü Mobile Geräte Ihr verknüpftes Smartphone aus und dann mit WLAN verbinden. Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung auf Ihrem Handy und scannen Sie den QR-Code. Verbunden. Support gefällig? Ihre myBMW App bietet Ihnen hilfreiche Unterstützung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Upgrade automatisch während der Fahrt in Ihrem BMW hochgeladen. Der Upload kann jederzeit pausiert werden. Er wird automatisch fortgesetzt, wenn die Verknüpfung zwischen dem Smartphone und dem Fahrzeug wiederhergestellt ist und der BMW fahrbereit ist. Ist der Upload abgeschlossen, folgen Sie einfach den weiteren Anweisungen im Hauptdisplay Ihres BMW. Bei der Installation hilft Ihnen ein weiteres unserer How-To-Videos. Falls Sie spezielle Fragen zum Upgrade haben, wenden Sie sich bitte an den BMW Kundenservice. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Die Verknüpfung mit einem